Hallo, Johanna und ich. Wir zeigen euch heute mal, was man noch so machen kann mit den Kindern so, wenn man sie so an sich haben möchte. Und das ist dieses, dass man sie so ein bisschen mehr noch in die Mobilität holt. Und zwar kann ich jetzt hier das Spielzeug, was Johanna ganz toll findet, einfach mal so, ich habe sie hier zwischen mein Bein und sie kann sie auch von den Füßen so hoch stützen und dann kann ich ihr das mal geben. Jetzt hol dir das mal. Und wenn sie da nicht ganz hinkommt, könnte ich auch so mitgeben. Hast du dir das wieder abgeholt? Das ist ja toll. Das ist ja toll, dass ich das noch einmal habe. Hier. Und hol dir das mal. Das ist ein süßes Spiel. Könnt ihr theoretisch noch am Strand machen? Jetzt ist Sommerzeit. Du hast so ein schickes Kleidchen. Ja. Wie guckst du Mami an? Ja. Und guck mal, was habe ich hier noch? Den Wurm? Den Wurm? Findest du den auch noch mal spannend? Ne, du findest das grüne Teil. Guck mal hier. Guck mal. Bitte. Oh, dreh dich da mal hin. Da. 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 Toll. Super Spiel. Machst du ganz toll. Das war's. So.